Für das neue Album Memento Mori haben wir unter anderem eins meiner Lieblingssongs genommen und zwar von Ghost Square Hammer. Ich liebe die Sakralik, die da dargeboten wird, unter anderem hört es sich alles so wahnsinnig christlich und göttlich an und hat auch einen so poppigen Einschlag und dann werden einfach satanistische Songs gesungen. Was mich aber vor allem fasziniert ist, dass der Sänger auch ein Tänzer ist und dass er in all seine Movements und all seine Bewegungen eine Epik und eine Sexappeal hineinlegt. Das heißt, jede Bewegung, jeder Schritt ist voller Energie und so wirkt es nämlich auch. Alles ist aufgeladen. Ein Schritt nach oben, die Treppe und du gehst mit ihm nach oben. Und genau das habe auch ich mir zum Vorbild genommen. Ghost Square Hammer.